Grüezi miteinander! Wir beschäftigen uns heute mit der Schweizer Neutralität. Das haben wir zwar schon mehrfach getan, wir räumen heute aber mit einigen Verklärungen und geschichtsrevisionistischen Irrtümern auf. Das tun wir auch deshalb, weil über die Schweizer Neutralität sehr viel diskutiert wurde und wir diesem Begriff in zukünftigen Abstimmungskämpfen noch begegnen werden. Wer diesen Kanal schon länger verfolgt, der weiss, wann die Schweiz neutral geworden ist. Also völkerrechtlich anerkannt neutral. Das war am Wiener Kongress 1815. Es haben sich jedoch hartnäckig verschiedene Erzählungen über die Schweizer Neutralität gehalten. Und zwar so nachhaltig, dass man über sie stolpert, wenn man als Aussenstehender etwas über die Schweizer Neutralität erzählen will. Und jetzt kommen wir zur Neutralität. Das hatte ich euch ja schliesslich versprochen. In der Geschichtswissenschaft und vor allem in der schweizerischen Geschichtswissenschaft wird 1516 als das Jahr angesehen, in dem die Neutralitätspolitik der Schweiz beginnt. Diesen Beitrag haben wir uns auch schon gemeinsam angesehen und welche Inhalte nicht ganz richtig waren. Und noch einmal, das ist nicht die Schuld von Mr. Wissen2go oder seines Teams, denn wer sich über die Neutralität unseres Landes informieren will, stolpert über genau diese Erzählungen und hat keinen triftigen Grund, das nicht zu glauben. Daher kein Vorwurf an irgendjemanden, vielmehr an uns Schweizer selbst, die diese Erzählungen aktiv am Leben erhalten. Genau dafür sehen wir uns diese geschichtsrevisionistischen Erzählungen an. Wir hörten vom Jahr 1516. Und wer einfach mal versucht, die Geschichte der Neutralität kennenzulernen, der stolpert meist über eine ganz spezielle Schlacht. Die Schlacht von Marignano 1515. Im September 1515 kämpften die Eidgenossen gegen die Truppen des französischen Königs. Die Eidgenossen erlitten eine verheerende Niederlage. Um die 10.000 Männer starben auf Schweizer Seite. Im November 1516 schloss Franz I. König von Frankreich mit den eidgenössischen Orten den ewigen Frieden. Die Eidgenossen gaben mit diesem Vertrag ihre Ansprüche auf Mailand auf. Die beiden Vertragspartner verzichteten auf die Unterstützung von Gegnern der jeweils anderen Partei und sie verpflichteten sich zur diplomatischen Lösung von Streitfragen. Und genau um diese Niederlage in Marignano wurde eine Erzählung gesponnen. Eine Erzählung, die sich bis heute hält. Die historische Umdeutung ist wirklich abenteuerlich. Die Eidgenossen hätten in Marignano ihre Lektion gelernt. Sie besannen sich auf Frieden, auf Diplomatie und verabschiedeten sich aus Freien und Heerenstücken von ihrer Expansionspolitik. Einige behaupten auch, die Eidgenossen hätten ihre Liebe zum Föderalismus wiederentdeckt, was das im 16. Jahrhundert auch immer heissen soll. Diese Erzählung ist frei erfunden. Und bevor wir uns ansehen, was mit dieser Geschichtsklitterung versucht wird, möchte ich gleich einige Dinge vorausschicken. Es geht hier ausdrücklich nicht darum, die Neutralität klein oder schlecht zu reden. Wir sehen uns dann noch an, weshalb die Neutralität unglaublich wichtig war. Wenn ihr also einem Reflex folgen wollt, der eine altbekannte Erzählung verteidigen will, dann wartet noch ein wenig. Die Eidgenossen hätten also ihre Lektion gelernt und beendeten ihre Expansionspolitik. Ijein. Im Süden haben wir sie beendet, weil wir es mussten. An anderer Stelle wurden aber weiter Gebiete erobert. Die Berner eroberten in den 1530er Jahren beispielsweise das Wattland. Und weshalb war das möglich? Weil diese Gebiete zu Savoyen gehörten und nicht zu Frankreich. Was aber stimmt, ist, dass es gesamteidgenössische Eroberungsfeldzüge wie in den Mailänderkriegen nicht mehr gab. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass die Eidgenossen plötzlich bescheiden geworden wären, sondern mit den Gegebenheiten im 16. Jahrhundert. Im Kreis der Grossmächte konnte die Schweiz nicht mehr mitspielen. Die Expansionsträume der alten, vor allem innerschweizer Orte, wurden zerschlagen. Im Süden wurde man gestoppt, im Westen konnten noch einige Gebiete Savoyens erobert werden, dahinter folgte bereits Frankreich, und im Norden und Osten lagen die verschiedenen Herrschaften des Heiligen Römischen Reichs, mit denen man sich nach kriegerischen Auseinandersetzungen im 14. und 15. Jahrhundert arrangierte. Die eidgenössischen Orte gehörten bekanntlich bis 1648 völkerrechtlich zum Reich. Die Bündnispartner und ihre Besitzungen konzentrierten sich zwischen Alpen und Jura, zwischen Rhein und Rhone, und das gezwungenermassen und nicht deshalb, weil irgendeine Lektion gelernt wurde. Man konnte gar nicht mehr expandieren. Politisch wurde mit dem ewigen Frieden mit Frankreich aber wirklich eine entscheidende Weiche gestellt, und zwar Richtung Frankreich. Die Eidgenossen beendeten nach Marignano aber nicht nur deshalb ihre Expansionspolitik, weil es abgesehen von Westschweizer Gebieten nichts mehr zu erobern gab, sondern weil sie außenpolitisch als Bund nicht mehr ganz so einig waren. Bei den Jahreszahlen fiel es dem einen oder anderen bestimmt auf. Die Reformation begann, und die Orte spalteten sich. Im Falle von Appenzelt zerfiel sogar wirklich ein Stand in zwei neue Halbstände. Dieser konfessionelle Gegensatz verunmöglichte den Orten ein gemeinsames außenpolitisches Auftreten. So etwas wie Neutralität im Innern kannten die eidgenössischen Orte schon vor Marignano. Neutralität in ganz grossen Anführungszeichen natürlich. Neutralität nach außen entwickelte sich erst mit dem Ausscheiden der Eidgenossenschaft aus dem Heiligen Römischen Reich. Die äussere Neutralität war eine Bedingung für die Unabhängigkeit der alten Eidgenossenschaft, weil man sich als Eidgenossenschaft nicht in die zahllosen Glaubens-, Eroberungs- und Erbfolgekriege der frühen Neuzeit hineinziehen lassen durfte. Die erste offizielle Neutralitätserklärung der eidgenössischen Tagsatzung stammt aus dem Jahr 1674. Die Neutralität nach außen beendeten 1798 die Franzosen. Der erste gesamtschweizerische Nationalstaat, die Helvetische Republik, wurde Kriegsschauplatz, ein französischer Satellitenstaat und militärisches Durchmarschgebiet. Erst mit der Niederlage Frankreichs erlangte die Schweiz ihre volle Souveränität zurück. Wie zu Beginn erwähnt, erfolgte am Wiener Kongress die völkerrechtliche Anerkennung der immerwährenden Neutralität der Schweiz. Übrigens explizit nicht als Diktat der Grossmächte. Unsere Neutralität formulierte der Genfer Charles-Pic de Rochemont. Dieser Mann führte nicht nur Genf in die schweizerische Eidgenossenschaft, sondern war auch maßgebend für unsere immerwährende Neutralität. Unsere Neutralität war demnach nichts, was uns diktiert worden wäre, sondern eine eigenständige Forderung. Logisch, relevant war sie vor allem durch ihre völkerrechtliche Anerkennung der europäischen Grossmächte, aber wie sonst soll etwas Anerkennung und Nachhaltigkeit erfahren, wenn nicht durch die damals relevanten Kräfte? Wir wissen jetzt, was mit dem ewigen Frieden von 1516 wirklich verändert wurde und dass die Geschichte der Neutralität nicht mit diesem Ereignis angefangen hat. Es ist ohnehin schwierig, diese einzigartige Entwicklung auf ein Ereignis zu beschränken. Die Neutralität erwachte allmählich aus dem Dämmer völkerrechtlicher Verflechtungen zu klarem Bewusstsein. Ein wunderschöner Satz. Warum aber behaupten Menschen, dass die Schweizer Neutralität mit Marignano begann? Das hat unterschiedliche Gründe und Absichten. Ein ganz zentraler Aspekt dieser Verklärung ist die Herstellung einer historisch-politischen Kontinuität. Und das ist erstmal nichts exklusiv Schweizerisches. Das versuchen viele. Man sucht nicht im 19. oder vielleicht 18. Jahrhundert nach Grundfesten unseres Staates, sondern möchte viel weiter zurückgehen. Wir Schweizer versuchen das, wenn wir unsere Neutralität im 16. Jahrhundert verorten. Deutsche versuchen das, wenn sie ihre Nationalstaatlichkeit nicht im Kaiserreich von 1871 begründen, sondern im Heiligen Römischen Reich oder die Russen versuchen, sich als legitimen Nachfolger der Kiewer Russ zu etablieren. Das ist der Versuch, eine historisch-politische Kontinuität zu erschaffen, die es in dieser Form nie gab und nicht gibt. Ein anderer Aspekt ist etwas schwieriger und das vor allem aufgrund des Rattenschwanzes, den dieser Aspekt nach sich zieht. Die Erzählung, die Eidgenossen hätten mit der Niederlage in Marignano eine Lektion gelernt. Demütig und bescheiden hätten sich die Bündnispartner künftig auf sich selbst konzentriert. Weshalb das in Teilen so war, das haben wir uns bereits angesehen. Das Problem an dieser Verklärung ist ein Stück weit die Romantisierung der Schweiz. Sie blendet vollkommen aus, dass die alten Orte gar keine Expansionsräume mehr hatten. Sie blendet unser äusserst vitales Söldnerwesen aus und auch die Rolle anderer Staaten. Die Erzählung erfindet das Bild, dass es vor allem die Neutralität war, die uns im 19. oder 20. Jahrhundert vor Kriegen bewahrt hat. Und das ist in mehreren Fällen falsch. Im Streit mit Preußen in den 1850er Jahren um Neuenburg war es nicht die Neutralität, die die Schweiz vor dem Krieg bewahrte. Es waren süddeutsche Staaten, die keine Lust auf durchmarschierende Preußen hatten. Es war Frankreich, das auf Preußen einwirkte und ganz allgemein genoss die Schweiz während des gesamten 19. Jahrhunderts die diplomatische Unterstützung Englands. Den Streit um Neuenburg haben wir uns in einem eigenen Beitrag auch bereits angesehen. Ihr merkt vielleicht, wohin sich diese Verklärung entwickelt. Sie blendet Faktoren ausserhalb der Schweiz fast vollständig aus. Sie vereinfacht vielschichtige Ereignisse und betrachtet die Schweiz als eine Art Insel der Friedliebenden. Und das wiederum lädt ein, die Historie der Schweiz ganz allgemein zu romantisieren. Wir wissen mittlerweile alle, dass die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht verschont blieb, weil wir neutral waren. Das hatte ganz andere Gründe. Und das alles bedeutet überhaupt nicht, dass die Neutralität nicht unglaublich wertvoll war und ist. Im 19. Jahrhundert war die Neutralität einer der wichtigsten einenden Pfeiler der Schweiz. Die aufkommenden Nationalbewegungen in Europa definierten sich zum Beispiel über die Sprache oder über die Kultur. Ein dreisprachiger Staat, der noch dazu konfessionell gespalten war, konnte das nicht. Unsere nationale Identität war nicht nur die kulturelle und sprachliche Vielfalt, sondern vor allem die politischen Besonderheiten unseres Staates, wie zum Beispiel die immerwährende Neutralität. Die guten Dienste, die die Schweiz als neutrale Vermittlerin anbietet, sind weltweit geschätzt und viele Friedensverträge und Staatsgründungen wurden auf Schweizer Boden vermittelt und abgeschlossen. Die verschiedenen Funktionen der Neutralität sind teils historisch unglaublich wichtig gewesen, teils aber noch heute zentrale Pfeiler der Schweizer Aussenpolitik. Die Neutralität gehört untrennbar zur Schweiz. Und für diese Erkenntnis braucht es keine historische Kontinuität bis ins frühe 16. Jahrhundert und auch keine mythische Überhöhung der Neutralität. Wir können anerkennen, dass wir teils Glück hatten oder dass wir die diplomatische Unterstützung anderer Staaten brauchten. Wir können das alles anerkennen, ohne den Wert der Neutralität zu beschädigen. Versuchen wir also historisch genau zu sein. Versuchen wir, die immerwährende Neutralität mit anderen Jahreszahlen und Namen zu verbinden. Nicht etwa 1515, sondern 1815. Vergessen wir die norditalienische Kleinstadt und denken wir künftig sofort an Bicte de Rochemont, ein Genfer, der für die Schweiz Großes geleistet hat. Blenden wir Frankreich nicht einfach aus, das mit uns den ewigen Frieden schloss und an sich band, wovon wir langfristig profitierten. Das alles schmälert die Neutralität kein bisschen, sondern es zeigt, dass wir nichts konstruieren müssen, um den Wert eines Schweizer Grundpfeilers zu erkennen. Weil unsere neutrale Identität keine historische Kontinuität bis ins 16. Jahrhundert braucht. Weil wir Schweizer eben wirklich anders sind. Ganz ohne Geschichtsklitterung. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.